hallo zu meinem kleinen blog redaktion 42 schön dass du wieder da bist freut mich es ist jetzt ein jahr her seitdem der große große karl lagerfeld von uns gegangen ist und als homage an den großen karl lagerfeld hat die firma röckel einen limitierten lederhandschuh tribute to karl kreiert und die kurzen halb lederhandschuhe sind aus extra weichen haarscharf nappa leder gefertigt und zeugen vom exklusiven glam rocklock und ich habe sie hier mal gestellt hier sind sie hier sind sie angekommen das modell für den herrn wird durch sehr sehr feines leder lacing mit einer gunmetal panzer kette mit einem noch lochnieten saum der handschuhe verbunden diese deko elemente wird auch an den offenen fingern weitergeführt und hier ist es denke ich pack es mal aus durch die halb kugelförmige öffnung an der oberhand kommt der opulente kettensaun besonders zur geltung eine vollsteppnaht sorgt für den maximalen tragekomfort und die sportlichkeit es sind insgesamt 40 dieser handschuhe produziert worden und ich will sie euch mal zeigen und ich ziehe sie auch mal an ich mache jetzt hier nur das da weg und schneide das mal ab und fangen wir mit einem handschuh an wie gesagt gefallen mir sehr sehr gut die handschuhe was mir nicht gefällt liebe firma röckl ist diese billigste verpackung die ihr hier beigefügt hat so läppischen plastiktüte in so einem umschlag zum brief umschlag also bei dem preis erwarte ich mir wirklich ein gescheites etui eine schöne verpackung aber netz so ein zeug so billigst da erwarte ich mir bei dem preis deutlich mehr und jetzt schauen wir das mal an hier geht das fingerchen rein und hier sind die drin gefällt mir irre gut super 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 da die andere seite also vom design her von der verarbeitung her firma röckl wie immer alles perfekt ich mag röckl handschuhe ich habe im grunde nur röckl handschuhe und bin auch für jeden spaß zu haben hier einwandfrei einwandfrei wirklich toll gefällt gut karl wäre schön weich wunderbar karl hätte seine freude gehabt aber die verpackung selber ist ein eine frechheit ich sage es einfach mal wie es ist eine frechheit hier ist übrigens das logo von röckl also finde ich toll es sind keine lagerfeld handschuhe die werden noch teurer es sind nur in anführungszeichen röckl handschuhe und die sind absolute spitze und sie sind ihren preis auch wert preis verrate ich nicht bestellt sie beröckl 40 sind produziert worden der herren ich habe einen erwischt und es sind doch noch 60 damen schau mal an tschüss